UNTERTITELUNG Grüß dich, Franz. Grüß dich. Ich sehe nichts gewinnen. Dattie, hast du Angst vor dem Tod? Nein. Ich schon. Mit dem Stern ist man jetzt blöd. Ein Herzblaschen. Ein Herzblaschen. Ein seiner Familie mit dein Reis. Weißt du, was das ist, Frau Meli? Verstehst du das überhaupt? Oder nichts? Ist du ein Biss? Das ist ein Brechtort, wir haben's klein. Steh gesagt! Unser Auftrag ist, mit den vorauseilenden Angriffsspitzen unbedingt in Verbindung zu halten. Da geht's ja ins Meer. Gerade haben wir dienstfrei. Zahnen der Normandie. Ich habe noch gar das Tor repariert. Ich habe das dir nichts geschickt. Das verspreche ich, ne? Ich habe bei dir ein Beinwagen so ein kleines Fisch so einen Fuchs gefunden, nicht? Wo ist er? Im Außertand. Das ist doch. Ton renard. Er kann nicht mit dir leben. Er kann nicht mit dir leben. Er kann nicht mit dir leben. Ich habe die Beinwagen. Er kann nicht mit dir leben. Aber dann, was ich nicht mit dir, das ist. Ich habe das Verkaufel.